Kanal K Ja, herzlich willkommen zu 2 Stunden Taktlos Metal auf Radio Kanal K Rockstation auf unserem YouTube-Kanal. An diesem Monat haben wir zwei wunderbare Schweizer Bands hier im Studio. Eine Band in der zweiten Stunde ist SYN 69, unter anderem mit dem Hemmerald-Gitarrist Michael Wuscher, der später zugestossen ist, aber sehr aktiv in dieser Band ist. In der ersten Stunde hören wir jetzt Trash Metal von Mind Patrol. Bei uns im Studio ist der Christian an der Gitarre und die Yves, also Vocals. Und an der Gitarre die Urmitglieder von Mind Patrol. Hallo zusammen. Servus. Servus. Ihr habt im Februar, glaube ich, das Album rausgebracht. Genau. Das Album hat jetzt immerhin schon ein paar Monate auf sich, Milking the Masses. Euer dritten Album haben wir live im Zug von 2005 mitgezählt. Zählen wir nicht. Zählen wir nicht. Also das heisst erst das zweite richtigen Album. Ja. Und ja, Idalos Mariet darfst eine Stunde lang erzählen, um was das geht. Wer die Band ist, ja, ich freue mich riesig auf die zwei Stunden, auf die erste und die zweite natürlich beide. Klage und so weiter. Roger Wettlis ist der Moderator für die, mit dem, was ihr vorlieben müsst. Viel Spass. Bis zum nächsten Mal. 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 und halt schauen, was machen die so? Und ich habe dann auch mir zwei, zwei, drei Favoriten rausgesucht und habe mir auch zwei, zwei Sachen gepastelt, wie ich etwas damit machen kann und habe mich auch immer mehr so ein bisschen in eine Rolle hineingefügt und ich finde mal, das macht Spass, es geht mir auch sehr gut und also ja, wir erkennen definitiv Vorteile wie auch Nachteile, dass ich mich jetzt nur auf das Gesang konzentriere aktuell. Ja, wir hören in die erste, in das erste Malme Against All Predictions, er hat gesagt, er spielt fast nichts mehr vom Alten, aber Till, wie die, spielt er weiterhin. Das hören wir jetzt. The kingdom within will be a heck Die. Die. Untertitelung des ZDF, 2020 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 viel Einbusser machst und der Lernprozess, den ich in dieser Zeit rausnehmen konnte, das ist absolut unbezahlbar. Wir hören die Eyes von diesen Ergebnissen, SOS. I have strings, I'm never free, there are strings on me. Dangling from things, you live a pretend life, as it just beats, controlled by someone else. If you don't fight back, fight back, your decisions have been made, and you have become just an unobtrick in this hole. I've got strings, to hold me down, they made me fret, they made me fret, I have strings, I'm never free, there are strings all over me. you are alive, smoke, stop dead, and fast. Ain't. Don't let you see What's really fucked up The media truths One day, starting out To keep you the missing And let the city come out I've got streaks And who hold me down They made me fret They made me swear I have streaks Around the street There are streets all over me I've got streaks To hold me down They made me fret They made me proud I've got streaks I'm never free There are streets on me I've got streaks To hold me down They made me fret They made me proud I've got streaks And I'm never free There are streets There are streets On the street And Light Slaves Of So staining There are streets all over me I've got streaks And who hold me down They made me fret They made me fret I have streaks I have streaks Oh, I'm never free Amazing There are streets all over me And don't forsake I have streaks I have streaks I have streaks And your way You 군� 암 And There are встрет there are There are extremes coming Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist es so. Also, wir sind da definitiv nicht, dass wir komplett aus dem Rahmen fallen, was das angeht. Ich glaube, wir sprechen vielleicht auch das eine oder andere moderne Thema an. Also, ich meine, in den 80er, wo halt viel von diesen Alben rausgekommen ist, ist es halt politisch eine andere Landschaft gewesen, als es heute ist. Und heutzutage haben wir vielleicht auch, wir haben sicher auch noch einige Probleme, die geblieben sind, einige, die vielleicht nicht mehr so da sind und halt einige, die auch neu dazukommen sind. Wie den Song, den wir gerade gehört haben, oder formal, The Horset Materialism, wo halt so ein bisschen um die ganze Kaufwahn und wie man immer alles muss haben, so ein bisschen in die Richtung geht. Kauft das Album, das ist wichtig. Ja, genau. Er wird nur glücklich mit dem Album. Und behaltet ja die schöne Plastikfolie, die drumherum gewickelt ist. Das ist wirklich A1, die beste Ware aus China, gepresst mit ganz viel Liebe von vielen kleinen Kinderhänden. Genau. Ja, wo wir halt so Songs geschrieben haben, eben haben wir, wie die Einforscher erwähnt haben, haben wir manchmal gesagt, ja, wenn man unser Proberaum zum Beispiel anschaut, steht auch nicht einfach eine Gitarre in der Verstärkung. Es steht auch viele, viele, viele Sachen, die man eigentlich gar nicht bräuchte. Du, geht meine Wohnung an. Ja, ja, ich meine, jeder von uns ist ein Teil dieser Problematik und bei uns geht es nicht darum, auf den Finger auf jemanden zu zeigen, das müsste man vielleicht eher auch auf uns selber, sondern vielleicht auch ein bisschen das Bewusstsein schaffen und vielleicht ein bisschen zum Nahdenken anregen. Ich glaube, das war ein bisschen mehr unsere Idee beim Schreiben von diesen Texten. Ja, wir hören die Systematik Suppression. Ja, wir hören die Schreiben von den Schreiben. Ja, wir hören die Schreiben. Ja, wir hören die Schreiben. Millions of faiths in the sky This is a fight we have to fight for our independence Raise your fist and raise your voice The ship will kill the shepherd No more disguise and no more lies The red curtain has fallen I walk up from the dead, marching ahead To fight our repressions Raise, raise, raise your resistance Raise, raise, raise Our time will come Tonight We break the chain Free our minds from all invaders Tonight We will unite Millions of faiths in the sky Rise of resistance We will unite To fight our defence We will unite To fight our power To fight our body To fight our armband ���؟ Do you love this? We will unite Some women of the country Untertitelung des ZDF, 2020 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 die irgendwo drin war von jemandem, wo eine Song von denen drin war. Und das ist eigentlich das, wo mich so richtig in Metal hineingerissen hat und darum jetzt plötzlich vor ihnen zu spielen, ist... Das ist speziell. Für dich? Christian, du bist... Wir haben ja am Anfang Power-Metal-Sachen gemacht, für dich die grosse Power-Metal-Band von der 2012er-Jahre. Zehner. Also ich glaube, meine liebste Power-Metal-Band war, glaube ich, wie wir waren und auch heute noch haben wir voll. Ich glaube, das ist so eine von den ersten Metal-Bands, die ich so gelöst habe. Einer der ersten, die ich live schaue. Und ich glaube, das ist so meine Liebste. Camelot finde ich auch cool. Da habe ich nicht so eine emotionale Beziehung wie der Yves, aber ich weiss noch, wir sind auch mal, ja, wo wir halt wirklich noch jung sind, sind wir auf, ich weiss noch, irgendwo ins Welsche, gehen gehen lassen, zusammen schauen, in der Eiskälte, haben wir nachher müssen warten, weil wir nicht mehr nach Hause gekommen sind und so. Also, kannst du auch... Keine Bar hat noch den Zäunen offen gehabt, der ist jetzt so, er ist erst um halb sechs sie gefahren. Ja, und das habe ich natürlich alles mit dem Yves mitgemacht, damit er seine geliebten Camelots kann gehen schauen, obwohl ich sie natürlich schon gut finde. Das heisst, du hättest sie auch noch mit dem Roy Kahn gesehen gehabt. Ich habe sie tatsächlich noch mit dem Roy Kahn gesehen gehabt und ich bin damals, das zweite Konzept, das ich dann gesehen habe, haben sie den Schürzlozern gespielt gehabt, da habe ich mich eben auch wieder riesig darauf gefreut gehabt, da bin ich erst extrem erstaunt gewesen, wo plötzlich die Fabi Leone von Rhapsody of Fire auf der Bühne war, weil genau wie auf der Tour ist der Roy Kahn ausgestiegen und er ist dort eingesprungen und für mich ist das zuerst gerade so ein bisschen was? Also ja, ich habe den Roy noch erlebt und ich habe die Zwischenphase mit den Gastsängern dort auch noch erlebt gehabt. Speziell gewesen. Ja, wir hören ihn, ich hoffe, dass du nicht Hell on Earth erlebt hast, sondern einfach eine andere Art von Erde, aber wir hören Hell on Earth. This is the end of our civilization And we all must pay For our mistakes This is the world For the next generation The oceans are dead Why the sky turns red This is the end We welcome We welcome Hell on Earth We welcome We welcome Hell on Earth For so long Did we know But nobody was listening For the streams For hell But now it's too late We shut our eyes And turned our backs To win The earth is burning Why the death bells Keep calling We welcome We welcome Hell on Earth We welcome We welcome Hell on Earth This is the world For the next generation The oceans are dead Why the sky turns red Every war we end Every life we spread Every crime we bear Everything has to call us Yes, we have to pay Yes, we have to pray Nobody will be saved Till the devastation collapse Till the devastation collapse Every war we had Every life we spread Every crime we make Everything has to collapse Yes, we have to pay Yes, we have to pray Nobody will be saved Civilization collapse We welcome We welcome Hell on Earth We welcome We welcome Hell on Earth This is the world For the next generation The ocean The ocean I will While the sky turns red The ocean The ocean The ocean The sky turns red I have this feeling inside me A memory, a song Which poisons my mind Misunderstood and cut out Nobody there who understands You can also feel it For years and years You suppressed this fear So they grew Let them out, let them out Now we reach the point To cross the line It is time For those who remain silent Now we reach the point To cross the line Enough is enough Release your hate and show me violence Show me your hate Alone in the rain Misunderstood, full of pain These feelings are there And poisoned our brains Memories are painful But they make us strong Let them out, let them out, let them out All the feelings All the pain Every moment, every day You are stronger than you think We will show you Now we reach the point To cross the line It is time For those who remain silent Now we reach the point To cross the line Enough is enough Release your hate and show me violence All the feelings All the pain Every moment, every day Every day Every day I have this feeling Inside me A memory A song Which poisons my mind For years and years You suppressed these fears So they grew Let them out, let them out Now we reach the point To cross the line It is time For those who remain silent Now we reach the point To cross the line Enough is enough Release your hate and show me violence Show me your hate You are stronger than you think We will show you We are at the end of the first and taktloses Metal Auf Radio Kanal K Rock Session Und YouTube Wir haben gehört Milking the Masses Neue Album von der Mind Patrol Das zweite Album Bei uns im Studio Der Christian A de Gitarre Und Yves A de Gitarre Und am Gesang Die beiden Urmitglieder von Mind Patrol Jetzt Wer etwas verpasst hat Kein Problem Es gibt Wiederholungen Und zwar Dreimal auf Rock Session Und Der Alkera Stream Auf YouTube Nächste Stunde Geht es weiter mit Sin69 Eine Band Wo unter anderem Und der Emerald Gitarre Ich freue mich auf sie Kommen die Ja Schon weniger als zwei Minuten Für diese Stunde Verantwortlich war sie Dros Wettli Und ja Christian Yves Danke fürs Vorbeikommen Die letzten Worte Von dieser Stunde Gehören euch Darfst Uns hören Und sagen Was er euch Auf dem Herzen liegt Ja Danke fürs Zuhören Danke fürs Ertragen Nackenschellen An alle Die zugehört Geile Siege Denkt daran Wenn ihr uns live sehen wollen 1. Oktober spielen wir In der Medbar Zusammen mit Donner Und am 11. November Spielen wir Am Urock Festival Mit ganz vielen Anderen geilen Bands Also Check it out Folgt uns Auf allen Social Media Kanälen Was auch immer Hast du noch etwas? Nein Peace out Ja Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.